so ladies and gentlemen herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming mein name ist nils und ich spiele gerne disney dreamlight valley und es sind viele viele neue informationen heute am 24.4 2024 mittwoch 17.35 ist es jetzt rausgekommen zum neuen update 1.10 und eins haben wir ja schon gehabt nämlich dass hier oswald rauskommt und wer sich das noch mal anschauen will ich habe die teile 1 2 und 3 nochmal zusammengefasst den teil den teil hier also die 601 602 603 habe ich noch mal zusammengefasst hier und zwar in dieses video wer sich das alles noch mal anschauen will dann ist man auf den aktuellen stand was oswald betrifft mehr infos zu oswald gerne anschauen und dann kommt daisy mit rein daisy haben wir überhaupt noch nicht gesehen werden wir aber jetzt das erste mal sehen und wer mehr über disney dreamlight valley erfahren will gerne hier ein abo da lassen und kommentar schreiben ich freue mich drauf und wir gehen jetzt mal rein in die erste nachricht ins video wir schauen mal rein was es neues gibt so wir sind hier auf youtube und ihr seht ihr schon disney dreamlight valley developer update vor einer stunde steht hier und da schauen wir jetzt mal rein ich würde sagen wir schauen uns das video einmal so an und dann einfach also einmal durchlaufen lassen und dann noch einmal mit unterbrechung und dann schauen wir uns das ganze noch mal genauer an okay 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 Wow, schaut das großartig aus. Goofy! Okay. But that's not the only adventures you'll be getting up to with friends. In the Thrills and Frills update, gemeinsam gießen, gemeinsam angeln, das ist schön, mit Freunden, Fotos, mit Freunden, Fotos und Erinnerungen festhalten, und warum sollte das nicht für Valley Visiten sein? Aufregung ohne Rüschen, Nervenkitzel und Schnickschnack Das ist schön! Wie haben sie denn das gemacht? Disney Park Star Paths, aber auch die, 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 die in der nächsten Folge kommen, fliegen sie nicht! Hehehehe! Wow! Guckt euch das an! Das ist ja ein schönes, knuffiges Haus! Will auch so ein Haus! Ui! Wow! Ist der groß und der ist so schön! Die sind zu viert, ne? Zu dritt! Drei! 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 Uhhh! Drei! Drei! Uhhh! Eins Auge! Drei! Schaut mal, der ist doch schwarz-weiß, oder? Hä, war das schon immer so in der Farbe? Ja, also das hatte ich auch nicht gewusst, das gehen wir nachher nochmal durch, dass das drei Akte sind. Oh, Level 4. Ratatouille? Okay, was ist das? Ja, Oswald! Ja, guck mal, Oswald! Oh, guck mal, wie er läuft! Er kann fliegen! Wow, was ist denn das? Okay, was ist denn das? Ein Zugwagen? Ein Helikopter? Äh, was ist das hier? Kinoleinwand? Der Team hat auch eine fantastische Zeit designte Haus, inspiriert von alten... Oh, jetzt spielt der lucky rabbit Oswald! Das ist sein Haus! Warte, bis ihr das Interieur seht. Es fühlt sich einfach, wie du in die Vergangenheit stehst. Oh, kann man sich da reinsetzen? Ist das ein neues Café? Wie? We know how much you love critters. We do too. So we made sure that Oswald also has an impact on the surroundings, turning some of the things he interacts with black and white. Also doch ist er neu, ne? Ja, ja. Such as the critters that can be found on Eternity Isle. We can't wait for you to dive into this new content. The spark of imagination may hold more power. Wow, ist das ne Aussicht. Die sitzen auf der Statue drauf. Und zwar auf der anderen Seite. Ja, das ist ja ganz was Neues. Wir sind ja normalerweise immer hinten. Da ist Eves Haus. Power than you can imagine. Act 2 of the Expansion Pass will be released alongside our next free update. Thrills and Frills. Thrills and Thrills. Thanks Ryan. I personally cannot wait to meet Oswald on Eternity Isle. And it seems that we don't have to wait for long. We're thrilled to end this developer update with one last surprise. Our next free update, Thrills and Frills, is arriving on all platforms on May 1st. Owners of the Disney Dreamlight Valley, a Rift in Time Expansion Pass, can also expect the story to continue in the spark of imagination update arriving on the same day. Make sure to follow us on our social media accounts and let us know what you're most excited for. And stay tuned for more info. See you in the valley. See you in the valley. Okay. Das wird jetzt immer geteilt. The free update. Thrills and Frills. Nervenkitzel und Schnickschnack und a spark of imagination. Okay. Das ist schon mal interessant. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich mache den Ton ein bisschen leiser. Und dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Das ist also Rachel. Sie hat sich so richtig schön rausgeputzt. Okay. Um uns das jetzt da zu zeigen. Okay. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, Daisy schaut umwerfend aus. Ja, wie sie läuft, die Schuhe, dann das kleine, wie heißt das hier da oben, dieses Schleifchen. Das Haus ist so schön putzig, ein bisschen durcheinander, ein bisschen, ja, so muss es sein. Ich bin mal gespannt, wie das von innen ausschaut. Wir können also jetzt dann gemeinsam angeln. Ja. Es gibt einen neuen Sternenpfad. Ein Tag in Disneyland. Ein Tag in Disneyland. Es wird also wieder sehr stark Bezug genommen auf Disneyland. Okay. Das hat man ja im Grunde genommen schon alles mal durchgearbeitet. Jetzt kommen also wieder dieses Thema Disney Parks. Kann ich verstehen für alle diejenigen, die neu dazukommen. und dadurch kann man auch dann die entsprechenden Fahrgeschäfte aus dem alten Sternenpfad nochmal in den Shop reinbringen, damit diejenigen, die das noch nicht haben, dann kaufen können. Und das ist jetzt hochinteressant. Ja, das ist der fliegende Teppich hier. Ui, guck mal. Ui, Aladdin. Ui, ui. Schade, dass man das nicht vergrößern kann, ne? Das ist neu. Ui. Ich habe mal Schirme. Ich wollte mir immer so Schirme wünschen für den Strand. Total cool. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Was ist? Das ist ein Kamel. Aladdin. Was hat das auch für eine Mütze? Das ist lustig. Da ist Mickey. Da ist der Brezelstand. Brezelstand. Das ist ja toll. Ich hätte jetzt auch keine Brezel. What's that? Ich schaue das aus. Ich habe es leider nicht erkennen. Aber es ist irgendwas. Ich weiß es nicht, was das ist. Ist das ein Hotdog? Ne. Hier haben wir ein Ufo. Okay. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir. Das ist aus der ersten Sternenpfad, glaube ich. Das ist die Rakete. Ganz ehrlich, wo sollen wir denn das alles hinstellen? Ich mache das mal ein bisschen langsamer. Wo sollen wir denn das alles hinstellen? Schaut mal, das ist auch neu hier. Das ist, wo man sich hinsetzen kann. Okay. Das Ufo hier. Was ist das hier? Das ist Remi. Okay. Wo sollen wir das alles hinstellen? Das ist die Uhr. Okay. Das ist, ähm, ja, die sind Fahrgeschäfte und Gegenstände. Das heißt, das kann man dann alles nachkaufen für die, die es nicht haben. Die müssen natürlich relativ viel Mondsteine dafür bezahlen. Das hier ist neu. Ich kenne es. Ich weiß nicht, ob das Elementals ist. Wenn ich auf Disney Plus bin, sehe ich das immer. Das könnte Elementals sein. Ich muss es mir jetzt trotzdem mal anschauen. Auf jeden Fall ein neues Fahrgeschäft. Aber Leute, wo soll man denn das alles hinstellen? Wir haben doch gar keinen Platz mehr. Oja, das ist Elementals. Eigenen Dreamlight Park Aber das ist nicht die einzige Spiele, die man mit Apofos arbeiten kann. Okay, ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich. Ich werde noch mal ein extra Video drüber machen, wo ich noch mal genauer drauf eingehe. Wir können gemeinsam Pilze entfernen. Wie oft werden wir das machen? Auch angeln. Wie oft werden wir das machen? Das ist, glaube ich, auch nur ein Schritt weiter, um noch mehr Dinge machen zu können. Denn, glaub mir, wie oft werden wir mit Freunden angeln? Einmal. Also, wenn ich jetzt einen dicken Freund habe, der sagt, okay, wir sind beste Freunde, kommen wir schnell rein ins Valley. Da musst du das Spiel natürlich auch haben. Aber hilf mir mal beim Ernten. Das ist gut. Aber ansonsten, und nachdem wir ja jetzt die Sauger haben, sind die Nachtdornen auch kein Thema mehr. Mit Freunden Fotos und Erinnerungen festhalten. Das wird jetzt toll Bilder mit den Freunden machen. Ralf reicht's, ja. Den Pullover habe ich auch. Oh, das Motiv kenne ich nicht hier. Das ist, äh, doch, doch, das ist das berühmte, äh, Motiv von, ähm, Wall-E, wie er mit dem Feuerlöscher im Weltraum ist und Eve kommt ihm zu Hilfe. Kannst du mit einer verbesserten Kamera-Funktion Selfies mit deinen Freunden machen? Okay. Auch hier natürlich die Frage, wie oft wird man das machen? Hehehe, wie sie lacht. Fotos in den Attraktionen machen. Das wundert mich, dass man das auch mit Alten machen kann. Na gut, wir haben noch nicht so viele, ähm, Fahrgeschäfte, da konnten sie das dann noch, ähm, nachbereiten. Also man setzt sich dann da rein und dann kann man die Kamera-Funktion einsetzen oder man öffnet die Kamera-Funktion und kann dann das Fahrgeschäft auswählen. Nein, sie hat ja gesagt, die Fahrgeschäfte, die in deinem Tal stehen. Also gehe ich davon aus, man geht dann rein ins Tal, stellt irgendein Fahrgeschäft hin, setzt sich rein und dann kann man die Kamera-Funktion anmachen. Hehehe, fliegende Teppich! Und das ist jetzt wirklich eine riesen Veränderung. Guckt euch mal, wie schön sie, jetzt sieht man sie mal von vorne, wie schön sie ist, ne? Das ist eine Dame mit Geschmack. Guckt ihr das an, das Schleifchen hier, ihr Telefon, dieses sehr schöne, äh, Oberteil mit den Rüschchen, der weiße Rock, der ja, glaube ich, kein Rock ist, sondern das sollen ja im ursprünglichen Sinne die Federn von ihr sein. Das sind die Federn. Und unten hat sie so Rüschchen drin, als ob das ein Rock wäre. Die Schuhe sehr, sehr schön. Das Haus ist ja echt die Wucht. Das Geld mit dem Rosa, das Helle, dieses Türkis-Blau mit diesem Blau-Türkis hier. Das Schloss oder der Knauf, also wirklich schön kleine, schiefe Fenster. Schaltest du die Boutique frei, ein neues Gebäude, in dem du deine, eine Haupt von Magic-Designs ausstellen kannst. Hier ist wieder die Frage, wo soll ich das hinstellen? Das werde ich wahrscheinlich dann auch ins alte Dorf reinstellen. Aber wohin? Das heißt, da muss ich mir was einfallen lassen. Und dann habe ich immer noch eine Frage. Dieses Hauch von Magic, also ein Hauch von Magie, war ja immer auch ein Problem, wenn wir unsere Dreamlight-Bilder gemacht haben. Ist dieses Problem noch da oder darf ich zukünftig diese Dream-Snaps-Bilder machen und dazu auch ein Hauch von Magie-Design, Klamotten und Gegenstände verwenden. Ich gehe davon aus, das geht. Schöne Schaufenster, ich hoffe, dass man die auch individuell dann bestücken kann. Es ist ein kleines Häuschen, es ist sehr schön. Ich mag so kleine Häuschen, einfach nur ein Stock drauf und ein schönes, heller Fenster, eine schöne Tür. Bisschen so an die alten Zeiten, an die 50er Jahre oder eher noch angehaucht hier. Und das ist ja echt die Wucht. Es ist schön groß, es ist hell, es ist einfach strukturiert. Wir haben viel Weiß an den Wänden. Hier diese schönen, wirklich, wirklich schönen, einfach strukturierten Lichter. Es steht nichts im Weg rum. Sehr feine, saubere, weiße Fliesen dazu im Kontrast. Die schwarzen Fliesen hier. Das ausschaut, als wären es so Bricks hier. Und dann haben wir hier neue Puppen. Schaut euch das mal genau an. Das sind neue Schaufensterpuppen für innen. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere eigenen designten Stühle und Lampen auszustellen. Die Klamotten schauen cool aus. Hier hat man was zu knabbern. Hier ist ein PC. Okay. Und da haben wir sie nochmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Daisy gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir hier sie nochmal. Wir haben hier Daisy mit einem schönen, blauen, einfachen Armreif. Und wir haben sozusagen dann den Hauptcharakter mit den entsprechenden drei Gästen. Wir können hier immer zu viert drin sein, ja. Guck mal, das ist irgendwie, ich will auch so ein kleines Monsterding hier machen. So ein Kleidungsstück mit Monstern. Hinten der Frack schaut, oder Frack oder Anzug oder was immer das ist, Jackett schaut cool aus. Mit dem Mickey Mouse drauf hier mit. Und das ist anscheinend auch selbst gestaltet mit so einem kleinen Monster drauf. So Mickey Ohren. Okay. Und die Jacke in Form eines Monsterlooks. Das ist ja cool. Und hinten, guckt euch mal hinten das an. Das schaut auch cool aus. Okay. Und was ist das da hinten? Ist das eine Tür? Kann man auch Türen selber designen? Ja, kann man. Ja, das ist eine selbstdesignende Tür. Wenn du mit Daisys wöchentlicher Design-Herausforderung, okay, es gibt dann zwei wöchentliche, also Herausforderungen. Einmal das Design-Herausforderung von Daisy und Dream Snaps. Und damit werden sie wahrscheinlich dann auch für Daisy irgendwelche Belohnungen mit reinbringen. Bedeutet natürlich, Schwerpunkt wird immer mehr das Designen von Bildern über das Dream Snaps und dann über Daisy mit Klamotten und Gegenständen. Also das Goofy schaut schon sehr cool aus. Ganz, ganz cool. Das sind also die Schaufensterpuppen, okay. Meanwhile on the Eternity Isle. Das ist jetzt sozusagen, Daisy ist ja der kostenlose Content. Ja klar, weil hier auch die Wettbewerbe stattfinden. Und zwar der wöchentliche Daisy-Wettbewerb. Und das kann man nicht nur denen gönnen, die die Erweiterung gekauft haben. Deswegen ist Daisy auch umsonst, weil hier können alle mitmachen. Und jetzt kommt der Content, der kostenpflichtig war. Das heißt, für diejenigen, die sich einmalig für 30 Euro diese Erweiterung gekauft haben bei Rift in Time, die brauchen nichts mehr bezahlen. Da ist es dann mit dabei. Und das ist jetzt der zweite Teil, der rauskommt. Okay. So, da haben wir also den Affen hier. Aus drei Akten, genau. Das war mir nicht bewusst. Ich war nicht, mir war nicht bewusst. Hätten sie halt da oben einfach 1, 2 und 3 hingeschrieben, dann wüsste man das. Das ist dieses Expansion, die Expansion, dieses erste DLC wird eingeteilt in diese drei Teile. Einmal der erste Teil, dass wir ihn gekauft haben. Und damit hatten wir Yves Rapunzel und Gaston. Jetzt kommt das Spark of Imagination. Spark, Funke der Funke der Vorstellungskraft. Das hat ja damals Jafar gesagt, dass dieser Funke der Vorstellungskraft ganz tief unten unterhalb der Oberfläche von Disney Dreamlight Valley ist. Und er wollte an diesen Funken rankommen. Das ist unser Traum. Unser Disney Dreamlight Valley. Das ist unser Traum. Und an diese faszinierende Eigenschaft des Träumens, an dieser Kraft der Vorstellungskraft, da will Jafar ran und das wollten wir ja nicht. Und dann ist ja der erste Teil beendet. Und da geht es jetzt hier weiter. Und ja, öffne hier weitere, warte mal, ich mache das mal hier weg. Ja, erkunde das Land der Vorfahren und decke noch mehr Geheimnisse auf. Da freue ich mich drauf. Und ja, begrüße einen sehr glücklichen oder lustigen Villager. Und dann kommt im Sommer das Ende. Wo wir dann hergehen können und können foil Jafar's Sheems and fix the Rift in Time. Da werden wir auch dann dieses Rift in Time, also dieses Zeitloch, diesen Riss in der Zeit, dann auch komplett schließen. Und dann wird auch diese Expansion abgeschlossen. Und das war mir so noch nicht bewusst. Okay. Es wird also hier tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man da irgendwas sehen? Upgrade für 20.000. Okay, da müssen wir noch ein bisschen farmen gehen. Und Level 3 auf Level 4, das haben wir ja alle schon hier. Level 4, Fire Extinguisher. Und man beachte bitte auf der rechten Seite hier, 58, 65, 57, 61. Das ist so eine Art Sternenstaub. Einmal in Purpur, in Blau, in Grün und in Gold. Alles so zwischen 58 und 65. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich, wenn ich das hier richtig sehe, könnte es sein, dass wir diese Dinge, die wir gefunden haben, dass wir die vielleicht zerlegen können und bekommen dafür dann Sternenstaub und können damit dann wieder irgendwas anderes herstellen. Spannend. Also ganz ehrlich, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist das, was wir dann herstellen können. Ein, was ist das? Wie nennt man das auf Deutsch? Schaut aus wie aus einem alten Film, wo es am Bahnhof irgendwie so ein Gestell gibt, wo man sich unterstellen kann. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, wo soll ich das alles hinstellen? Wo soll ich das alles hinstellen? Wir können so viel, wir haben so viele Dinge, aber was sollen wir damit alles machen? Das ist etwas, mit dem ich nicht klarkomme. Und das hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Kann mir einer sagen, was dieses Bild bedeutet? Das weiß ich nicht. Die Rosen könnten es sein, The Beauty and the Beast. Das ist der Stuhl von Madrigal, von Mirabel. Was bedeutet das hier? Von was redet er da gerade? Er redet davon, dass wir etwas herstellen können. Können wir das Bett herstellen? Ja, wir konnten so etwas Ähnliches herstellen. Neue Abenteuer. Ich bin ja der Typ, der mehr auf die Abenteuer aus ist und auf die Rätsel. Ich bin es von World of Warcraft gewohnt. Ich will questen, questen, questen. Ich will Rätsel machen und dann will ich ein bisschen bauen oder ein bisschen farmen. Wir sind unglaublich froh, wie wir Oswald. Das haben sie übrigens nicht erklärt da hinten. Das ist ein Rätsel, ne? Das haben sie nicht gesagt, was das Ganze bedeutet. Das Team hat es viel Spaß gemacht. Schaut mal, ist das nicht toll? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich gut gemacht, weil es unerwartet ist. Und weil es immer wieder zeigt, dass sie schon sehr mutig sind, auch so Breaks reinzubringen. Also nicht einfach Oswald jetzt wieder in der modernen Form reinzubringen, sondern man bringt ihn in einer alten Form rein. Ich finde dieses Motiv hier, Mickey, mit Pluto sehr interessant. Ich denke, dass auch Pluto da mit reinkommt. Okay, Anspielung auf die Stumpfelzeit. Das ist anscheinend sein Auto. Natürlich kann man das nur hinstellen. Man kann sich leider nicht reinsetzen. Vielleicht kommt das irgendwann mal, dass wir hier uns bewegen können. Und das ist der Aussichtspunkt. Den baue ich gerade um. Das Video wollte ich eigentlich morgen rausbringen. Das werde ich wahrscheinlich erst später rausbringen. Da könnt ihr dann sehen, wie ich das umbaue. Da bin ich gerade dabei, das zu veröffentlichen. Die ersten drei Teile. Auch das hier ist eine Anspielung. Auf jeden Fall eine Anspielung, aber ich weiß nicht auf was. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Und das ist das Haus von Oswald. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, so weit habe ich wieder nicht gedacht. Natürlich, Kino. Das ist sein Haus. Also, ich musste mindestens Oswald noch ins alte Dorf mit reinbringen. Und ich müsste auch Daisy ins alte Dorf mit reinbringen. Das heißt, man kann da reingehen und innen schaut es größer aus wie außen. Ja, das ist typisch Kino, ne? Das ist aber eine sehr alte Kinozeit hier noch mit Klavier. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Hier ein sehr schönes Mikro und dann hier neue Möbel. Die ein bisschen ausschauen wie aus Beauty and the Beast. Dann den Blumenteil haben wir schon. Auch oben das Licht haben wir schon. Den Kerzenständer weiß ich nicht, ob wir den schon haben. Okay, und das ist jetzt sozusagen das Haus von Oswald. Deswegen sind hier auch die modernen Geräte mit drin. Aber das Ganze als, ja, auf Old Fashion oder auf Alt gemacht hier. Da kommt dann hier eine kleine Bühne noch dazu, wo dann die Leute rauskommen, die Sänger oder so oder die Darsteller. Wir haben hier dann auch moderne Geräte. Die Lampe Yama, schon ein sehr altes Telefon. Ein Mörser. Da kann man das Eis mit crashen wahrscheinlich. Wir wissen, wie viel Sie die Kräte lieben. Wir haben sichergestellt, dass Oswald auch einen Umgebung auf seinen Umständen hat. Dass Oswald seine Umgebung beeinflusst. Und das ist wirklich clever gemacht. Ich habe ja schon in einem meiner Oswald-Filme gesagt, dass dieses Capybara mit reinkommen wird, der Affe mit reinkommt, das Äffchen und die Schlange. Man hat es aber anders gemacht. Man hat nicht neue Figuren mit reingebracht, also nochmal neu die Tiere mit reingebracht, sondern Oswald beeinflusst seine Umgebung. Dann braucht man das nicht alles neu programmieren, sondern man haut nur einen entsprechenden Skill drüber. Und dann haben die eine andere Farbe. Und das schaut ja, also der ist ja mir jetzt schon ans Herz gewachsen, der schaut richtig, richtig cool aus. Mit der Schlange kann ich nichts anfangen, aber es gibt, ich habe schon gemerkt, Leute, die sehr an der Schlange interessiert sind und es passt auch wirklich gut, das Muster zu dem Rock. Und die Schuhe, alles sehr, sehr schön. Und das ist jetzt auch etwas, was hochinteressant ist. The Spark of Imagination, der Funke der Vorstellungskraft, setzt also die Geschichte weiter. Gut, war mir so nicht bewusst, dass es jetzt nochmal Rift in Time gibt. Ich hätte sicher nichts verändert, aber bitte beachtet mal hier diesen Winkel, wie wir da reinschauen. Das heißt, wir sind auf der anderen Seite. Normalerweise gucken ja wir immer raus. Wir können ja auch nicht so raus scrollen. Das ist ja das, was ich immer bemängel. Man kann gar nicht die Umgebung so angucken. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite, auf dem Ende der Insel. Und da sitzen die zwei kleinen Äffchen drauf. Und da haben wir nochmal einen Riss in der Zeit. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hätte jetzt, ja, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mich mehr auf Daisy konzentriert. Aber auch die gesamte Geschichte geht ja weiter mit dem Zeitriss, den ja Jafar verursacht hat. Ja, und mit diesem Schiff, da haben wir ja schon, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich wusste nur nicht, wie es reinkommt, ob da vielleicht Oswald drin wohnt. Habe ich erst gedacht, aber er bekommt ja sein eigenes Kino sozusagen. Und das hat also auch was mit zu tun. Ich denke, ich weiß jetzt nicht, was da noch kommt. Das kommt aus einem Film. Ich weiß nur nicht aus welchen. Aus einem sehr alten Oswald- oder Mickey-Film. A Rift in Time Act 2, The Spark of Imagination. Oh, das ist auch sehr schön hier, ne? Monster, Mickey, oh, und so süß. Da haben wir nochmal Daisy. Und ja, es kommt also alles am 1. Mai raus. Ich persönlich hätte das nicht gemacht. Ich hätte zuerst den kostenlosen Teil rausgebracht. Und einen Monat später hätte ich dann den zweiten Teil rausgebracht. Ich hätte also erst Daisy rausgebracht. Und einen Monat später hätte ich dann Oswald rausgebracht. Und man kann ja dann, wenn Daisy rauskommt, automatisch auch schon den Sternenpfad machen. Das ist wieder zu viel, meiner persönlichen Meinung nach. Und ja, was wirst du machen? Die können das halt nicht anders. Die müssen das immer alles auf einmal rausbringen. Warum auch immer. Ja, das heißt, diejenigen, die beide Spiele gekauft haben, das Originalspiel plus die DLC, sie können natürlich auch beides gleichzeitig spielen. Also man muss sich, wenn man beide Teile hat, also das DLC gekauft hat, kann man sich entscheiden, spiele ich das oder das. Diejenigen, die das DLC nicht gekauft haben, die spielen einen Teil von Daisy sehr früh. Make sure to follow us on our social media accounts and let us know what you're most excited for. And stay tuned for more info. See you in the valley. See you in the valley. Okay, wir haben also free update für alle, die das DLC nicht gekauft haben. Thrills and Frills. Also Nervenkitznel und Schnickschnack. Und der zweite Teil betrifft dann diejenigen, die Rift in Time gekauft haben. Der Spark of Imagination, also der funke der Vorstellungskraft. Und beides wird freigeschaltet hier am 1.5.2024. Mac App Store, Apple Arcade, auf Steam, auf Epic. Oh, da muss ich mal gucken, das wusste ich gar nicht. Auf Epic kann man sich auch Disney kaufen. Dann natürlich für den PC, Nintendo Switch, PS4 und 5, Xbox One, Xbox Series XS und in Game Pass. So viele Informationen auf einem Bild, wow. Der Mann hat sich jetzt gar nicht verabschiedet, okay? Ja, Ladies and Gentlemen, das war unglaublich viel. Ich werde vielleicht nochmal ein zweites Video machen, wo ich ein bisschen nochmal so meine Meinung darüber äußere. Weil für mich ergibt sich ja das Problem, dass sich das Ganze immer mehr in den Bereich des Dream Snaps und im Bereich jetzt von der Boutique von Daisy an Schwerpunkt legt. Mein Schwerpunkt war ja mehr der Schwerpunkt Videos zu erstellen, nämlich das Gameplay zu erstellen, dass die Leute das anschauen können. Aber wie man sieht, ja, weiß ich, ob die Leute dieses Gameplay alles sehen wollen. Das ist halt immer so die Frage oder ob ich mehr den Schwerpunkt dann auch legen soll auf Dream Snaps, dass ich gar keine Filme mehr bringe, also Gameplay mehr bringe, sondern einfach nur noch Dream Snaps mache, so wie es die anderen machen und dann eben als zusätzlichen Teil noch das Ganze mit der Daisy Boutique. Das ist halt das Spannende und da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wie wir das machen. Und vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video oder eine Abstimmung, dass ich da mal gucke, wie die entsprechenden Leute das gerne sehen möchten. Also im Großen und Ganzen viel Neues, extrem viel Neues. Einmal Daisy, das ist bestimmt ein Riesenaufwand gewesen, das zu implementieren. Die Sache mit dem Foto, mit dem ganzen Community-Bereich, dass die Leute jetzt andere besuchen können. Und dann haben wir noch den gesamten Bereich von Oswald. Das sind eigentlich schon ziemlich große Dinge, die sich hier abspielen. Und nach und nach wird das immer, immer mehr. Und das ist spannend. Ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.